Herzlich Willkommen! Ich bin Mirko Stellmann, Geschäftsführer der Hadorn Maler Gipser GmbH. Unser Team kümmert sich um Ihre Wünsche und Anliegen. Die Dienstleistungen, die wir anbieten, sind Maler- und Gipserarbeiten. Spezifisch dazu gehören Neu- und Unbauten, Fassaden und Innereien. Individuell nach Ihren Vorstellungen entwickeln wir zusammen ein Farb- und Beschichtungskonzept, so dass es Ihren Wünschen gerecht wird. Wir würden uns freuen, mit Ihnen zusammen Ihr eigenes Heim oder Ihre Arbeitsstätte verschönern zu dürfen. Gerne können Sie uns kontaktieren. Wir freuen uns auf Sie!